Wieder eure Ente. Ich zeige euch heute, wie ihr euren YouTube-Kanal-Namen ändert. Erstmal drückt ihr auf MEIN Kanal. Solltet ihr hier nicht Kanal anpassen oder Videos verwalten stehen, hier steht Kanal anpassen. So, dann drückt ihr auf Kanal anpassen. Solltet ihr das da nicht stehen, macht ihr das hier über den YouTube-Studio. Dann drückt ihr hier unten auf den Stift. Dann drückt ihr auf Allgemeine Information. Hier könnt ihr euch jetzt einen Alias oder YouTube-Namen festlegen. Noch eine Beschreibung, eine benutzerdefinierte UHL ist natürlich auch drin. Und Branding und alles mögliche. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich bin's, eure Ente.